Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr bei diesem Hörspiel wieder mit dabei seid. Ihr hört heute nichts Neues, sondern die Telefonate, zusammengefasst aus der vergangenen Woche, nur eben ohne meine Einsprecher dazwischen. Ich wünsche euch viel Spaß mit unserem Hörspiel-Kakerlaken-Party. Hallo, seien Sie gegrüßt, Herr Schamm. Mein Name ist Eric Nielsen. Ich möchte mich auch von den Urigen BH aus Berlin, einem großen Kryptomarkt-Unternehmen. Erstmal, wie geht es Ihnen heute? Ja, als erstes ist dein Name falsch. Wie bitte? Ich sagte, ich bin nicht Herr Schamm. Ja, aber Sie haben sich auch normalerweise unter dieser Telefonnummer am 15. Freitag eine Anmeldung bei uns gemacht. Na, scheinbar ja nicht. Bei dem Bitcoin-Mail. Wie bitte? Ja, scheinbar ja nicht. Aha. Knusprings? Knusprings. Richtig? Ja, das ist mein Nachname. Ja, sind Sie? Wir haben es ja gerade nicht gesagt. Gerade haben Sie irgendeinen anderen Namen gehabt. Wie bitte? Gerade haben Sie irgendeinen anderen Namen gesagt. Achso. Entschuldigung. Vielleicht habe ich auch mit den anderen Kunden gerechnet, dass ich auch vorher gesprochen habe mit der Scham. Entschuldigung. Okay, ich wollte Ihnen kurz sagen, Sie haben am Freitag bei uns auch angemeldet. Sie wollten es mal auch mehr wissen über den Kryptomarkt. So, ich wollte Ihnen kurz zeigen, dass hier erstmal ein seriöses Unternehmen ist und mich können Sie jederzeit auch zurückrufen unter diese Telefonnummer. Es gehört auf mein Büro. Und ich wollte mal Ihnen kurz fragen, Herr Knusprings, haben Sie mal auch früher schon getreten mit dem Kryptomarkt oder Rohstoffe oder CFDs? Nein. Wie bitte? Nein. 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 Okay. Super. Aber Sie wollen es mal mehr wissen über die Märkte. Richtig? Weiß ich noch nicht. Ich bin erstmal ein Finanzexperte und ich wollte es mal Ihnen kurz sagen, wenn Sie es mal mit uns kooperieren und mit Arbeit anfangen, dann Sie werden es mal ein Kontoverwahrter bekommen. Das bedeutet in dem Fall, ich bin Ihr Kontoverwahrter, ich werde für Sie weiter handeln. Haben Sie eben einen Computer vor Ihnen? Habe ich in der Nähe, ja. Wie bitte? Habe ich in der Nähe, ja. Okay, gut. Dann können Sie mal kurz erst mal unser Unternehmen kurz schreiben. Ich buchstabiere mal. N wie Nordpol. Mhm. U wie Udo. Mhm. R wie Richard. Mhm. I wie Ida. Mhm. Punkt.com. Nuri.com, wählen Sie? Mhm. So, wenn die Seite geöffnet ist, können Sie es mal links oben von Englisch auf Deutsch, falls es mal bei Ihnen in Englisch gekommen ist. Das ist auf Englisch, ja. Okay, machen Sie mal links oben auf Deutsch. Und sobald Sie es auf Deutsch haben, unten scrollen mit der Maus bis erst mal am Ende. Und wieder links unten steht Datenschutz, AGBs, rechtliche Dokumente und Impressum. Sehen Sie? Nö. Ach ja. Links unten. Mit der Maus ganz am Mund scrollen. Ja, und? Klicken Sie mal bei Impressum. Ja, und? Und sehen Sie mal unsere Internetseite, nuri.com. Das wird betrieben von der nuri GmbH in Prenzisinnenstraße 1920. Haben wir mal eine Handelsregisternummer bei dem Amtsgericht Charlottenburg. Haben wir mal drei Geschossführer, Frau Christina, Herr Christoph, Herr Jan. Herr Jan gehört Gutzwitzke auf unsere VIP-Abteilung. Haben wir mal eine deutsche Umsatzsteuer-ID. Und wir bitten bei den Kunden eine Vermittlungsbank Solarisbank AG. Und Solarisbank AG ist normalerweise auch in der Bafim-Liste. Ja, aber das resumiert ja ein Witz. Das ist ja nicht vollständig nach deutschem Recht. Wie meinen Sie, das ist nicht vollständig? Das ist kein vollständiges Impressum hier. Das sind auch die Impressum. Was für Impressum waren Sie? Ja gut, aber das Impressum ist ja hier nicht vollständig. Da steht alles drin. Handelsregisternummer, Umsatzsteuer-ID. Ja, aber das ist ja nicht alles. Da fehlt ja dann zum Beispiel schon mal die Nummer von der BaFin dann. Ja, das steht auch ganz unten. Wenn Sie es mal sehen. Da steht auch, dass wir lesen von vorne, die nuri unter den Umsatzsteuer-ID. Die nuri GmbH bietet Vermittlungsgeschäfte von Transaktionen für den Kauf und Verkauf von finanziellen Instrumenten, Paragraf 1 Absatz 1a und so weiter, im Namen für die Restungen der Solarisbank AG tätig. Und der Solarisbank AG ist in ein öffentlicher Register eingetragen, das von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht im Internet geführt wird. Das Register kann unter www.bafin.de angesehen werden. Wenn Sie jetzt mal www.bafin.de wählen, Sie geben es jetzt mal Solarisbank AG und dann kommt das Register. Solarisbank AG? Solarisbank AG. Zusammengeschrieben Solarisbank und dann AG. Sie lesen auch, oder? Ja, ich gucke mir das hier gerade an, aber das sieht halt nicht besonders seriös aus. Komisch. Sie können es mal in Ruhe auch anschauen, die Unternehmen, wenn Sie möchten, ob wir auch seriös sind oder unseriös. Ich kann Ihnen auch sagen, dass meine Kunden in den letzten drei, vier Jahren, bitte? Ich sage, es fängt ja schon mit Ihrem Anruf an. Sie haben ja gar keine Genehmigung, mich anzurufen. So, was soll ich mal Ihnen auch sagen? Ich wollte mal Ihnen kurz sagen, Herr Knuspring, wie soll ich es mal auch bekommen, weil Sie auch selber bei uns angemeldet sind am Freitag? Ja gut, aber das heißt ja nicht, dass Sie anrufen dürfen. Ja, natürlich. Nee. Das steht auch schon fest, wenn Sie es mal auch die Anmeldung machen, dass Sie werden auch normalerweise von uns angerufen und so weiter, um Vorteile zu zeigen. Ja, ist ja trotzdem nicht legal. Sie haben keinen Double-Opt-In. Äh, zu spät. Ich wollte mal Ihnen kurz sagen, wenn Sie möchten, können Sie in Ruhe anschauen. Ich gebe Ihnen den besten Vorteil, dass Sie mit unserem seriösen Unternehmen arbeiten und jede Woche drei bis fünf Prozent als Gewinner auf Ihre Tasche zu stecken. Die Google-Bewertungen sind ja auch nicht so geil, ne? Es deutet ja auch ganz stark auf Betrug hin. Okay, dann, äh, wenn Sie sollen auch immer fresh sein, dann können wir mal zusammen nicht in Geschäft kommen. Wenn Sie es mal anschauen, nur mal in Ruhe, da können Sie mich auch zurückrufen, wenn Sie Interesse haben. Nee, da habe ich keinen Interesse drauf. Okay? Ja, ja, tschüss. Hallo, guten Tag, hier spricht Hannah W. von Qualitätsabteilung von DNCA-Firma. Äh, ich möchte bitte, haben Sie eine Erfahrung im Online-Trading, oder nicht? Ja, ja, wen wollten Sie sprechen? Sie bitte? Wen wollten Sie sprechen? Ähm, vielleicht Gerhard Hübschrauber sind Sie? Nee, das ist falsch. Also, Sie haben mit dieser Telefonnummer Registrierung gemacht bei uns. Und, äh, hier ist geschrieben, E-Mail-Adresse mit Gerhard Hübschrauber, aber Ihren Namen und Nachnamen, Sie haben ausgeführt, Loriori Schwingtitte. Ja, genau, Herr Schwingtitte, das ist richtig, ja. Ah, okay, kein Problem. Äh, und ja, Sie haben in unserer Firma, wie ich schon gesagt habe, Registrierung gemacht. Und für das, Sie haben ein Handelskonto, wo, wir haben dort Bonusgeld gelegt, damit Sie beginnen mit diesem Geld, äh, also probieren zum Handeln, ja? Und, äh, profitieren. Ja, ja, und einfach, ich möchte wissen, ob Sie zusammen arbeiten möchten und weitermachen möchten, auch dieses Bonusgeld bekommen möchten, oder? Ja. Okay, äh, wissen Sie, ne, worum es geht? Also, es geht um Handeln und wenn wir zusammen arbeiten, ich werde Sie, äh, Finanzexpert, äh, geben, damit Sie alles mit unserem Expert machen, äh, damit Sie keine Fehler machen, ja? Ja, und Sie werden nicht allein sein in dieser Plattform und unser Finanzexpert wird alles Ihnen helfen. Ja. Und für das, zuerst, Sie brauchen ein aktives Konto haben, also Handelskonto. Und ich bin ja Kontoberaterin und wir brauchen zusammen zuerst Ihr Konto aktivieren. Ja. Auf Ihrem Konto, jetzt steht, auf Ihrer Balance, 300 Euro. Also, jetzt steht auf Ihrer Balance, nach der Aktivierung, Sie können das Geld bekommen, benutzen, auszahlen, also investieren, was Sie möchten, okay? Also, ich habe da jetzt 300 Euro auf dem Konto. Wie bitte? Ich habe da 300 Euro auf dem Konto, oder wie? Ja, Sie haben 300 Euro Bonusgeld auf Ihrer Balance. Das, äh, Sie haben von unserer Firma bekommen. Also, wir haben es Ihnen gegeben, wie ein Motivation, ja, damit Sie, äh, weitermachen und zusammenarbeiten müssen, okay? Und, äh, wenn wir zusammen Ihr Konto aktivieren, Sie können, also das Geld, dieser 300 Euro Bonus, bekommen. Ja. Okay. Und, äh, bitte, äh, sagen Sie mir, welche Karte benutzen Sie, Master- oder Visa-Karte, damit ich Ihnen sage, mit Minimalpreis für Aktivierung. Ich habe nur meine Sparkassen-Karte. Sparkasse, aber es ist Master- oder Visa? Nee, gar nichts. Maestro? Nee, klar, ja. Weil Sparkassen-Karte hat, Debit, Kredit oder Master-Visa. Ja, nee, Debit. Äh, weil für Aktivierung, äh, Sie brauchen ein Master- oder Visa-Karte haben, äh, und danach, wenn Sie werden profitieren, Sie werden es auf Ihrer Karte bekommen, das Geld. Hallo? Ja. Ja. Und wenn Sie haben keine Karte, leider, Sie können nicht das Geld bekommen auf Ihrer Karte oder dieses Bonusgeld auch bekommen. Äh, ich muss im System stellen, Karte-Daten, damit Sie immer und regulär diese Profit bekommen können auf Ihrer Karte. Und auch für Aktivierung, jetzt ist es unbedingt. Ja, aber eine Kreditkarte habe ich nicht. Wie bitte? Eine Kreditkarte habe ich nicht. Okay, haben Sie Kreditkarte? Nein. Und Sie haben Sparkasse, ne? Ja. Ja, und können Sie jetzt, äh, anschauen und sagen, was steht auf Ihrer Sparkasse-Karte? Master-Visa oder Maestro? Ich habe keine Kreditkarte. Sparkasse ist was? Ihre Sparkasse ist eine ganz normale Bank. Ja. 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 Und dann? Haben Sie keine Karte? Doch, aber keine Kreditkarte. Okay, dann leider, äh, wir können ohne das nicht die Abkontaktivierung und diese Bonus Ihnen geben. Okay, danke schön, auch wieder hier. Hallo? Hallo? Ja, was denn? Hallo? Ja, was denn? Sie sprechen mit Schwingtüten? Ja. Ja, okay, bitte sagen Sie mir, ja, äh, machen wir Aktivierung, möchten Sie Geld bekommen oder nicht? Na, gerade haben Sie doch gesagt, das geht nicht. Ja, ohne Karte, das geht nicht. Also, ich weiß nicht. Welche Zahlungsmethoden haben Sie? Haben Sie PayPal, zum Beispiel Online-Banking? Na, Online-Banking kann ich machen, ja. Aber da haben Sie ja gesagt, das geht nicht, ich brauche eine Kreditkarte. Ja, äh, weil mit Master- und Visa-Karte die Aktivierung kostet 100 Euro. Also, das heißt, Sie brauchen 100 Euro weiterleiten auf Ihre Balance, wo steht 300 Euro. Und wenn Sie es machen, dann, es wird automatisch aktiv sein. Aber mit Online-Banking oder mit PayPal, diese Aktivierung, äh, ist 250 Euro. Wenn Sie möchten, aktivieren, äh, Ihr Balance mit 250 Euro, ist es möglich, mit, ja, Online-Banking zu machen. Also, Sie werden nach der Aktivierung auf Ihrer Balance sehen, 250 plus 300 Euro. Ja, nö, aber wenn ich, äh, wenn ich da mehr zahlen soll, als jemand mit einer Kreditkarte, dann nicht, ne. Ja, mit Kreditkarte, ich habe gesagt, es ist 100 Euro. Ja, genau, das finde ich nicht in Ordnung. Ja, aber mit Online-Banking, das ist 100 Euro bezahlen. Also, ich würde maximal, ich würde maximal mit Online-Banking auch 100 Euro bezahlen. Mit Online-Banking, äh, mit 100 Euro, okay. Und ich, äh, werde, äh, ich werde zu meinem Manager fragen, ob es ist möglich. Moment, bitte, bleiben Sie erreichbar, Moment. Hm. Herr Schwingt, Sie, Tim? Ja. Ja, äh, ich habe gefragt zu meiner Managerin, es gibt eine Applikation, die können mit Hilfe dieser Applikation ihre Balance aktivieren, äh, mit Online-Banking und mit 100 Euro, wenn Sie möchten. Und dann, Sie werden auf Ihrer Balance sehen, 100 plus 300, zusammen 400 Euro. Ja, aber was denn für eine Applikation? Aha, es heißt Switcher. Wissen Sie über diese Applikation Switcher? Nö. Nö. Habe ich nicht und werde ich auch nicht installieren. Okay, kein Problem. Dann, äh, Sie brauchen es selber machen, äh, ich habe gefragt, wenn ich das, weil, äh, immer ich hilfe unseren Kunden, damit sie keine Fehler machen, aber natürlich ist es die Entscheidung. Hm. Ähm, ja, äh, können Sie es alleine machen, die Zahl von Aktivierung? Ja, alleine Geld überweisen kann ich. Ja. Okay, äh, Sie brauchen Registrierung machen und dann, äh, Aktivierung. Na wie, ich dachte, ich bin schon registriert und auf meinem Konto sind schon 300 Euro drauf. Ja, aber es ist nicht aktiv, z.B. Sie brauchen aktivieren und danach... Ja, aber dann verstehe ich das mit der Registrierung nicht. Wo ist denn da denn der Unterschied? Also, Registrierung heißt nur, Sie brauchen Stellen, Ihren Namen, Nachnamen, z.B. Adresse, solche Informationen, ja. Weil Sie haben schon in unserem Team mal Registrierung gemacht, aber für Ihre Konto, wir brauchen diese Aktivierung, ja. Aber wenn ich, wenn ich doch schon registriert bin, dann verstehe ich nicht, warum ich mich nochmal registrieren muss. Es ist, es ist im System, es ist so, ja, das mache ich nicht. Wenn ich mache, ich habe Ihre Daten, ich kann es selber ausfüllen, aber das brauchen Sie machen von Ihrer Seite. Und wenn es ist ein bisschen ein Problem für Sie, mit Hilfe Enidesk, wir können es zusammen erledigen. Ja, Enidesk ist ein Problem, ja. Okay, äh, vielleicht sind wir... Ja, es ist genauso ein Problem, es ist ja das gleiche. Ja, kein Problem. Dann, ich will, äh, haben Sie WhatsApp? Ja, aber das gebe ich auch nicht weiter. Ja, mit diesem Telefon, Sie haben keine WhatsApp. Oh, richtig. Ja. Ähm, ja, ich kann Ihnen einen Link schicken und Sie können es selber aktivieren. Ja. Ja, wie schicke ich denn in den Linken, die mir eine Telefonnummer geben, wo Sie am WhatsApp? Nee. Nee, und wie ich die schicke ich? Na, per E-Mail. Per E-Mail, Sie haben hier geschrieben, gerhard-rubschrauber-at-mdcc-fun.com.de. Ist es die funktionierende E-Mail-Adresse? Na, nur .de, nicht .com.de. Nur .de. Also, gerhard-rubschrauber-at-mdcc-fun.com? Nee, .de. .de. Also, es ist funktionierende E-Mail-Adresse. Ja. Okay, dann, ich bin Hannah Weber. Wenn Sie möchten, Sie können es selber machen. Und ich werde Ihnen einen Link schicken und Sie brauchen es ausfüllen, okay? Ja. Ja, E-Mail ist ohne .de, ja? Nee, nur .de am Ende. Ah, ohne .de. Ah, ohne .de, komm, okay. Okay. Okay, Herr Schwindsitzel, äh, bleiben Sie erreichbar, ich werde jetzt Ihnen schicken. Ja. Okay. Wenn Sie haben, Sie können mir per E-Mail zurückschreiben. Na, ich dachte, Sie bleiben so lange dran, bis ich das überwiesen habe. Wie bitte? Ich dachte, Sie bleiben so lange am Telefon, bis ich das überwiesen habe. Kein Problem, ich kann bleiben. Moment. Ja? Ja, ich kann gleichzeitig Ihnen sagen, wo müssen Sie etwas schreiben. So, ist die E-Mail schon da? Nee. Ist noch nicht angekommen. Wie bitte? Die E-Mail ist noch nicht angekommen. Ja, ich habe es noch nicht geschickt. Wenn ich schicke sie, ich werde sagen, ja? Ach so. Moment. Und ist schon raus, die E-Mail? Ja? Weil es ist noch keine da. Beim Span liegt auch noch keine. Hallo? Ist da keiner mehr? Hallo? Hallo? Ja? Ja. Ah, Moment. Ich schicke Sie auch Ihre eigene Wallet, damit Sie das Geld weiterleiten auf Ihre Balance. Okay? Na, wie? Also, Sie schicken mir die Kontodaten, wo ich das Geld hinüberweisen soll. Ja, äh, nicht Kontodaten, sondern Ihr Wallet. Ich habe doch aber gar keins. Sie haben? Nee. Wie ich schon gesagt habe, Sie haben 300 Euro Bonusgeld in unserer Firma. Ich habe geschickt, bitte prüfen Sie Ihre E-Mail-Adresse. Na, aber ich habe doch gar kein Wallet. Sie haben Wallet, was zählt 300 Euro in unserer Firma. Ja, aber das ist ja dann nicht meins. Das ist ja ein Bonusgeld. Es ist ja ein Bonusgeld und nach die Aktienbindung, wenn Sie weiterleiten doch... Nee, also zum Überweisen brauche ich ja eine IBAN. Nein, mit dieser Applikation, wenn Sie klicken, Sie werden sehen, was steht, ja? Nee, dann geht das nicht. Mit IBAN, wenn Sie werden einen Kredit- oder Debitkarte haben, das wird so funktionieren. Aber wenn Sie haben gar keine Karte, mit Online-Banking nur in die... äh, also es funktioniert nur diese Variante. Nee, dann geht das nicht. Wenn Sie klicken, ja, öffnen Sie diesen Link, das ich habe geschickt. Switcher heißt. Ja, brauche ich ja dann nicht, geht ja nicht. Wie bitte? Ich sage, brauche ich nicht, geht nicht. Okay, kein Problem. Dann bitte, äh, sagen... Sie werden ein bisschen früher sagen, ja? Weil, äh, meine Zeit ist, äh, nicht so. Ja, weiß ich doch nicht, was Ihr da... wenn, äh... Ich dachte, ich kriege jetzt Überweisungsdaten, eine IBAN. Ich brauche eine IBAN, wo ich überweisen kann. Alles andere mache ich nicht. Nein, mit dieser, äh, mit dieser... Also mit IBAN, es wird so, wenn Sie werden 250 Euro machen. Aber wenn Sie möchten weniger, 100 Euro. Es gibt nur diese Variante. Nee, ich mache 100 Euro mit Überweisung. Ansonsten mache ich gar nichts. Nein, leider... Bitte dann nicht. Okay, leider ist... Also Sie können nicht... Sie haben nicht IBAN in unserem Thema. Sie haben ein Wallet. Ja, dann geht's nicht. Ja, dann geht's nicht. Kein Problem. Au, bitte, Jan. Hallo? Ja, was denn? Ja, was denn? Hallo? Ja, was machen wir jetzt? Bitte sagen Sie nicht mehr. Ja, nichts habe ich doch jetzt schon gesagt. Wenn ihr keine IBAN habt, dann nichts. Okay, oh. Au, bitte, Jan. Hallo? Ja, hallo. Ja, hallo. Guten Tag. Mhm. Sprich mit dem Standfeger? Ja. Hallo? Ja. Der Standfeger, wie geht's Ihnen? Alles gut bei Ihnen? Ja, alles schick. Super. Herr Standfeger, ich melde mich von Online Handeln. Sie haben sich bei uns registriert, bei dem Aliens Group. Mhm. Prima. Wie bitte? Prima. 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 Ja, haben Sie daran Interesse oder nicht? An was denn genau? An, äh, also Online zum Handeln, also mit dem Bitcoin, äh, mit dem Crypto-Währungen mit Aktien zum Handeln? Ja. Prima. Prima. Mal gucken. Äh, ich hab eine Frage, ja? Ja. Äh, warum haben Sie so eine Nummer? Die lautet einmal 4994... Ja, was ist denn mit der Nummer? Ihre Nummer meint ich? Hm. Also die einmal 499... Mhm. 3941 lautet... Welche Nummer ist das? Ihr meint es? Ihre Nummer? Was ist denn sonst? Sie reden doch mit mir. Ja, aber ich schwere mich ja so viel. Warum? Ja, weiß ich doch nicht. Okay. Haben Sie schonmal gehandelt oder nicht? Hallo? Was denn? Ob Sie schonmal gehandelt haben oder noch nicht? Äh, auch. Haben Sie schonmal... Bis jetzt noch gar nicht, kenne ich mich nicht mit aus. Okay. Dann machen wir es so, haben Sie vielleicht WhatsApp unter dieser Telefonnummer? Haben Sie WhatsApp? Nee. Sie haben kein WhatsApp, ja? Nee. Sie haben kein WhatsApp, ja? Wir haben hier einmal eine E-Mail. Ja. Die lautet einmal schaden-steinfeger-sndccvn.de. Achso. Wie ist das hier einmal? Okay. Das ist richtig, ja. Wie kann ich denn behilflich sein? Äh, ja. Also, Herr Standfeger? Ja. Ja, klar. Lassen Sie uns wieder meine Weg. Nehmen Sie das nicht alles auf? Wie bitte? Also, Sie haben hier eine E-Mail unter die mdccvn.de. Nee. Sie nehmen doch alles auf, oder nicht? Nee. Sicher. So, was hätte ich denn davon? Ich weiß leider nicht. Vielleicht Geld verdienen. Achso. Hm. Oder? Ich weiß nicht, was Sie von mir möchten. Also, ich weiß nicht, wie Ihr Name ist, aber Sie heißen hundertprozentig, äh, Schwan-Steinfeger. Das ist nicht Ihre Name? Schon. Ich weiß nicht, wie es hier heißt. Wie bitte? Schon. Steinfeger. Das ist nicht Ihre Name. Doch. Das ist nicht die richtige Name. Hundertprozentig. Das ist mein richtiger Name. Sie haben sich so registriert, einmal alle Gespräche aufzunehmen und auf mir zuzustellen, oder ich weiß nicht was, was Sie davon bekommen, oder so. Das machen Sie zu Hundertprozentig. Wie kommen Sie auf so etwas? Wie bitte? Wie kommen Sie denn noch die Idee? Ja, und Ihre E-Mail-Adresse? Hm. Was ist da mit? Sie haben ja eine E-Mail-Adresse, die lautet chan.steinfeger-at-md-ccv-un. Und das ist ja von der Telekommunikation. Ja, und? Wo ist jetzt das Problem? Ja, ich dachte immer, Sie nehmen uns alles auf, oder nicht? Wie meinen Sie das? Das Gespräch zum Beispiel, da nehmen Sie alles auf. Was hätte ich davon? Ich weiß nicht. Ja, ich auch nicht. Aber Sie machen das nicht, ja? Ja, was habe ich davon? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nur einfach so. Also, das machen Sie nicht, ne? Ne, warum? Okay. Dann so, Herr Standfeger, wir brauchen einmal Ihren Ausweis. Damit Sie es jemanden verifizieren. Erstmal. Hm. Damit Sie Bescheid wissen, mit dem wir sprechen, und ob Sie das Herr sind. Ja. Äh. Können Sie einmal Ihre Personal Ausweisung uns einmal senden? Für welche Seite denn? Ich weiß ja gar nicht so richtig, worum das geht. Also, es geht ja um Online-Handel. Sie wollen doch Geld verdienen. Und deswegen haben Sie sich auch nicht registriert. Ja. Bei uns. Ja, genau. Und ich melde mich jetzt bei Ihnen, damit Sie sich weiter zu begleiten, bis zum Ende. Bis Sie bei uns einzahlen, und nachdem bekommen Sie einen Broker zu handeln. Oder zum Beispiel mit dem automatischen System zu handeln. Hm. Gehen Sie auf das blaue? Ja oder nein? Nein, auch nicht. Da macht es etwas normales Geräusch. Äh. Hier ist Ihnen bereits ein Stein. Hier war alles. Oder haben Sie sich wahrscheinlich, äh, gewisse Art? Ja. 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 Hallo. Hallo. Guten Tag. Ja. Ich rufe aus Benefix von Handelsplattform an. Wie geht es Ihnen? Prima. Sie haben auf unsere Plattform registriert, deswegen habe ich einen gerufen. Und ich wollte Ihnen gerne helfen, um Ihre Kontakte zu werden, wenn Sie Zeit haben. Wann habe ich mich denn registriert? Am 23. März. Ach so. Investitionplatte. Aha. Also müssen Sie Ihre Kontakte werden? Vielleicht. Okay. Sie können mit 250 Euro Ihre Konto starten. Wissen Sie das auch? Nee. Äh. Möchten Sie jetzt Ihre Kontakte werden? Investieren? Also mit 250 Euro können Sie anfangen. Aha. Möchten Sie das, Herr Bommel? Ja, vielleicht. Okay. Ähm. Können Sie Lautsprecher aufmachen, bitte? Nee. Okay. Dann, äh. Sind Sie sicher? Also, möchten Sie investieren? Ja, habe ich ja gesagt. Nee, bin ich nicht sicher. Ich überlege noch. Okay. Also, wenn Sie möchten, wenn Sie bereit sind, äh. Sie können mir, äh, nochmal antworten per E-Mail. Haben Sie von uns ein E-Mail bekommen? Keine Ahnung. Weiß ich doch nicht. Benefix. Also Benefix. Bitcoin Prime. Benefix-Plattform sind wir. Nee, da kenne ich keine E-Mail. Ähm. Wir haben schon Ihnen E-Mail geschickt. Jetzt kontrolliere ich. Also, können Sie kontrollieren, bitte? Was denn? Benefix. Von Benefix. Was soll ich da kontrollieren? Ihre E-Mail-Adresse. Also, Ihre E-Mail. Ja. Den lesen Sie mal vor. Ähm. Sabine Bommel. Wer ist Sabine Bommel? Das meine ich. Aha. Okay. Ähm. Also, wenn Sie möchten investieren, ich, äh, wollte Ihnen gerne helfen. Also, ich werde Ihnen behilflich sein. Wenn Sie, äh, möchten jetzt, äh, Ihre Konto aktivieren, Sie können nicht 250 Euro Ihre Konto starten. Und dann unsere Kundenbetreuer werden Sie wieder anrufen. Dadurch können, ähm, sofort anfangen zu reden, aber wenn Sie zum Beispiel keine Erfahrung haben, äh, die erklären Ihnen, wie das ganze System funktioniert und wird Sie unterstützen. Äh, und auch Sie werden über äh, äh, Forex und aktuelle Aktien und Neuigkeiten informieren, ja. Also, äh, das ist Ihre Entscheidung, wenn Sie möchten, ich kann Ihnen helfen. Aber, äh, Sie können normalerweise auch selber Ihre Konto aktivieren, aber dafür müssen Sie Mindestbetrag mit, äh, 250 Euro einzahlen. Mößen Sie jetzt einzahlen, oder, äh, äh, was, äh, denken Sie? Was denn? Für Kontaktivierung. Aha. Ja. Mößen Sie jetzt Ihre Kontaktivierung, also, müssen Sie jetzt einzahlen. Wie geht das? Äh, mit was? Mastercard oder Visa-Karte können Sie einzahlen? Habe ich nicht. Mhm. Und, kein Problem, mit Überweisung können Sie auch einzahlen. Aber, Wien, Sie möchten investieren natürlich, ja? Ja. Mößen Sie überweisen? Ja, ja. Mhm. Okay, dann, äh, werde ich Ihnen unsere Bankdaten schicken, ja, und dann, Sie können, äh, 250 Euro überweisen. Mößen Sie das? Hm, denke schon, ja. Einen ganz kurzen Moment bitte, ja. Ich vorbereite für Sie ein E-Mail. Also, wir warten auch ganz kurz. Ähm, verstehen Sie auch Ähnlich? Nö. Ne? Okay. Ich verstehe nur Portugiesisch. Und Spanisch. Und Chinesisch. Und Japanisch. Okay. Oh, super. Und auch Deutsch. Ja, so ein bisschen. Mhm. Okay. Gleich. Es kommt. Was denn? Hm, unsere Bankdaten. Und wo kommen die denn an? E-Mail. Also, welche E-Mail denn? Ähm, also, äh, aber Sabine Wommel hat registriert, ja. Können Sie Ihre E-Mail-Adresse mir, äh, sagen, bitte? Nee. Okay, dann müssen Sie nicht investieren. Ist richtig. Sie haben doch da eine E-Mail-Adresse. Sie sollen mir nur sagen, welches Postfach. Ja, aber Sabine Wommel hat registriert, ja. Und, äh, wir rufen Sie automatisch an. Und, äh, und wir können auch automatisch E-Mails senden. Also, wir sind Aktivierungsabteilung. Deswegen, wir können Ihre Informationen nicht, äh, sehen auf der Webseite. Wir können automatisch, äh, anrufen und E-Mail senden, ja. Deswegen brauche ich Ihre, nochmal E-Mail-Adresse. Ja, so zusammengefasst könnt Ihr gar nichts. Aha. Dann möchten Sie nicht investieren, ja? Nur, wenn Sie mir die E-Mail-Adresse nicht sagen können, dann nicht, nee. Dann hab da Pech gehabt. Ja, für Kontaktivierung, also, äh, weil, äh, ich muss zuerst unsere Bankdaten schicken. Deswegen brauche ich Ihre E-Mail-Adresse. Naja, die steht doch da. Mhm. Aber ich muss wissen, welche. Ihre E-Mail-Adresse. Können Sie mir sagen, bitte? Nee, Sie sollen das sagen. Okay, alles klar. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Ja, dann nicht, du Betrüger. Ah? Äh, hab ich hier bei Ihnen ein Geschäft angerufen? Ja. Ach so, äh, ist der Herr Larioris, äh, Lausenbengel? Ja, von der Fischersammelstelle. Bitte? Von der Fischersammelstelle. Ach so, also, äh, mit dieser Telefonnummer wurde ja eine Anmeldung gemacht über Online-Handel, mein Herr, über Online-Trading. Ja. Ja. Wollte ich Ihnen erst mal fragen, ob Sie Erfahrung haben und Ihnen ein paar weitere Informationen mitzuteilen und unsere Plattform vorstellen? Ja, das können wir gerne machen, aber wir müssten von dem, mein Herr, müssten wir auf mein Lord umsteigen. Das würde ich besser finden. Bitte? Äh, äh, nicht mein Herr, das heißt mein Lord. Ach so. Ja. Ja, tut mir leid. Also, Sie sind jetzt bei der Arbeit, oder? Nö, ich hab Zeit. Ich lass doch die anderen Fischer hier alle arbeiten. Ja, okay, dann alles klar. Also, ich nehm an, Sie haben einen Computer, oder, da bei Ihnen haben Sie den Computer? Nee, ich hab ein Apple. Ich hab doch keinen Computer. Ich hab so richtiges mit so einem Apfel drauf. Ach so. Aber, äh, das ist ja auch ein Computer, ne? Also, ein Rechner, sozusagen. Ja, ein Rechner. Aber ein Computer ist ja Microsoft und Apple ist halt nicht. Ja. Okay, dann. Alles klar. Also, haben Sie einen Arbeitsplatz, zum Beispiel wie TeamViewer oder AnyDesk? Benutzen Sie eins davon? Na, ich hab, äh, überwache hier meine ganzen Mitarbeiter, ja? Hm? Die überwache ich alle und die müssen alle machen, was ich sage. Deswegen müssen die mich auch alle Mailord nennen. Ja, ja, schon. Aber ich frage ja, ob Sie AnyDesk benutzen? Nee. Okay. Das ist ja ein ganz kostenloses Applikation und, äh, auch klein, äh, damit wir, zum Beispiel, uns erstmal miteinander verbinden können und damit Sie ja, äh, zusammen, äh, das, äh, schauen können. Also, die Plattform und ich Ihnen alles zeigen kann über unsere Unternehmen und wie das, äh, mit uns läuft, mit dem Handel, ne? Ja, machen wir ohne AnyDesk. Bitte? Machen wir ohne AnyDesk. Wie sollen wir das denn machen? Wenn Sie sagen, wo ich klicken soll und dann klick ich da. Ja, also, das ist ein bisschen schwierig, aber wir können das auch so machen, ist kein Problem. Also, Sie können ja bei Switcher gehen auf Google, auf Safari, ja? Ist das gleiche vom Prinzip? Ja, eben, ne? Also, soll ich Ihnen das am besten buchstabieren? Was denn? Also, Switcher, unsere Plattform. Ich mach mal auf, Moment. Sekunde. Der Rechner ist noch nicht ganz da. Oh, Moment. So, was macht man da eigentlich so schönes bei Ihnen die ganze Zeit? Also, es gibt ja die Möglichkeit, dass Sie mit einem Finanzexperten arbeiten können, äh, und auch, äh, damit ja erstmal Handel machen, äh, kann Ihnen Tipps und Ratschläge geben, Ihnen, äh, auch zeigen, wo das beste Möglichkeit ist, das Gewinn rauszubringen, ja. Äh, äh, es gibt ja auch Bonus von unserer Seite aus, damit Sie erstmal es austesten können, zum Beispiel in den ersten zwei Wochen, wie es für Ihnen läuft sozusagen, ne? Ja. Ja. Sie können jetzt, äh, die, äh, Webseite besuchen, Switcher.com, also, Switcher E. Soll ich das für Ihnen buchstabieren? Hallo? Ja. Soll ich für Ihnen das buchstabieren? Achso, Moment. Ich muss mal gucken, ob jetzt der Rechner hier fertig hochgefahren ist. So, jetzt, ja. Hm. Jetzt mach ich ja kurz noch Internet an. So, und... Ich brauch das auch noch eine Weile. Moment. Hm. Und wie viel kann man da bei Ihnen verdienen? Hm. Also, es ist abhängig, wie viel ja investieren, ne? Weil, äh, zum Beispiel mit einem kleinen Betrag, wie die meisten anfangen, 200, 300 Euro kann man ja nicht 10.000 im Monat erwirtschaften, ne? Ja, womit kann man denn 10.000 erwirtschaften? Weil dann zahlen wir genau das ein. Im Monat möchten Sie so viel machen? Ja, genau. So 10.000 im Monat wäre schon ganz nett. Kann ich hier, mach ich Urlaub. Also, damit Sie ja 10.000 im Monat machen können, können Sie ja mit 1.000, 1.500 anfangen. Ja. Und wir geben Ihnen auch einen Bonus dabei, damit Sie ja auch daraus mehr erwirtschaften können. Also erstmal, um auszutesten, ne? Dann haben Sie auch einen größeren Betrag, sozusagen, und können Sie ja auch sichere Profite machen. Ja, unser Bonus wirkt auch als sein Kapitalschutz. Ja, genau. Dann würde ich erstmal mit 1.500 Euro testen. Ja, klar. Ist ja gar kein Problem. Äh, Sie können jetzt die Webseite besuchen. Haben Sie den Internet an? Ich versuch's noch. Der Rechner, der quakt sich noch nicht aus hier. Wir können das auch mit Handy machen. Ist ja gar kein Problem, ne? Och, nö. Das wird so formelig. Da kann man ja nichts sehen. Ah, okay. Haben Sie mal versucht, ein Porno auf dem Handy anzugucken? Ist ja voll scheiße. Also, das brauchen wir ja nicht machen. Wir sind ja schon verheiratet. Was, wir sind schon verheiratet? Ja. Achso. Na dann. So, um. Ich glaub's kaputt. Moment. Hallo? Hallo? Hier. Da war irgendwie ne... Da war jemand in der Leitung. Bitte? Da war jemand Fremdes in der Leitung. Achso, ich weiß ja nicht. Ja, ich auch nicht. Vielleicht hat Alibaba da irgendwie einen Stecker gezogen oder so. Oh, Mensch. Das passiert ja auch nicht mit dem Internet. Das sieht ja auch nicht aus. So eine Schrottkiste. Ich glaub, ich muss gleich mal wieder ausrasten, ne Runde. Oder ich schreie gleich irgendeinen Mitarbeiter an, weil die haben es eh verdient. Ja, genau. Wir können dem Hartmut einfach mal seinen Gehalt nicht auszahlen. Weil der hat nämlich so einen Sohn, der liegt krank im Bett. So, jetzt haben wir fast. So, jetzt. Also, Switcher. S, W, I. Und dann? Theodor, Cäsar, Heinz. Switch. Achso, so wie Switch und dann ER. E, R, E. Also, Emily Robert E. Emily nochmal. Und dann .com, .io. Ja, ja, .com, geht schon. So, Switch, äh, Switchere. Ja, genau. Switcher ab, so. Als Dödelchen noch ein bisschen, das braucht noch. Ist noch nicht fertig. Jetzt hab ich auch 10.000 mal Firefox auf. Das ist Wahler, wenn man nicht warten kann. Aha. Was nun? Du soll Alibaba hier in der Leitung. Bitte? Ja, jetzt, aber Alibaba gerade in der Leitung. Alibaba, wie meinen Sie Alibaba in der Leitung? Ja, immer wenn du da irgendwie ausdrückst, ist wer anders in der Leitung. Ne, also. Doch. Ich warte einfach auf ihn ein bisschen antworten, aber wer kann anders sein in der Leitung? Weiß ich nicht. Immer wenn du da drückst, dann macht's Knack und dann ist Alibaba in der Leitung. Hä? Versteh ich ja nicht. Ja, ich auch nicht. Aber also, ja. Jetzt müssen wir hier mal weitergucken, weil jetzt... Oh, das lödelt nicht. Das passiert nicht. Das ist ja furchtbar. Also, äh, ich hab in jedem S-W-I-T-C-H-E-R-E.com und dödelt und rödelt und... Das braucht noch. Es ladet, meinen Sie? Ja, es ladet genau. So wäre das perfekt in Hochdeutsch gewesen. Ja. Neuladen da oben. Na, wenn ich jetzt nochmal neu lade, dann dauert es noch länger, weil jetzt öffnet sich nebenbei noch der Firefox. Weißt du, wenn ich... Wenn man hier so einen Rechner zu schnell hochfährt und dann überall ganz hell drauf rumdrückt wie so ein Behinderter und tausendmal die Internetfenster aufmacht... Ja, dann hast du halt den Salat, ne? Dann kommt das alles nacheinander und... Ja, das haben wir jetzt hier gerade. So, jetzt hab ich aber jetzt... Jetzt ist das so eine blaue Seite. Das ist hier so ein... Das ist aber nicht eure Seite. Ich dachte, ich komm hier auf eure... Eure... Eure Trainingseite. Das ist doch hier bloß eine Geldtauschseite. Ja, schon. Also hier können Sie ja auch das Training machen und alles, ne? Woh? Also... Sie sehen ja da oben steht Register, ne? Oder Registrieren auf Deutsch. Ja. Registrieren und anmelden. Da können Sie sich ja... Ja, ja. Registrieren und anmelden. Sie können sich registrieren mit E-Mail und Passwort, ne? Na, dann machen wir das jetzt erstmal. Ja, machen Sie gerne. Hm. Das ist ja furchtbar hier mit dem Rechner. Das... Ich glaube da muss ich wohl auch irgendwie mal ihn nicht ausbezahlen, ne? Da kriegt man wohl einer genial, dann gufe ich mir einen Rechner, dann machen wir das so. Ich habe auch kein Problem, wir können das auch so machen, ne? Hm. So. Tja. Ich glaube ich sollte mal in der Zwischenzeit erstmal in meinem Kaffee kurz mal ein bisschen dran lutschen. Weil das dauert da noch ein bisschen. Ich glaube wir haben den Rechner überfordert. Ja, vielleicht, vielleicht. Hm. 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 Ach, Mann. Furchtbar. Hm. So, Moment. Hm. 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 Entschuldigung, ich bin verschluckt. So. Dann gucken wir mal wieder. Gehen wir zurück hier. Ähm. Ja. So, gucken wir mal, ob die Web... Nö. Bin wir noch im Arsch. Es braucht. Es lädt. Es dudelt. Man sagt ja immer, man soll warten, bis die Blinkerlampe vom Rechnerfahrt sich ist. Dann darf man dran rumspielen. Ja, haben sie vielleicht zu schnell gemacht, ne? Ja, viel zu schnell. Ich hab ja gleich, als ich hochgemacht hab, ich hab den angemacht, dann war der da. Dann hab ich sofort alles aufgemacht und das öffnet sich grad alles noch. Ja, eben. Hm. Aber ich hab ja jetzt auch nicht mit gerechnet, dass da einer anruft und mir Geld schenkt. Bitte? Also, ne. Also, ich weiß ja nicht, dass ich ihm Geld schenke, weil das ist eine normale Investition. Also, es gibt ja auch kleine Verluste normal. Achso. Aber wir schauen weiter, dass der Kunde mehr verdient, ne? Weil das ist ja nicht abhängig an uns, ob sie gewinnen oder verlieren zum Beispiel. Weil der Markt ist ja verschiedlich und man kann ja auch verlieren, aber auch gewinnen. Ja, aber ich will ja nicht Kunde sein. Ich will ja, wenn denn, ihr Lord sein. Bitte? Aber ich will ja nicht als Kunde angesprochen werden. Wenn, dann will ich schon ein Lord sein. Also, wenn sie schon, äh, mit uns arbeiten, dann sind sie schon ein Kunde bei uns. Ja, aber da müssen sie sagen, mein Lord. Da müssen sie sagen, mein Lord. Mein Lord. Ja. Das nütze ich eigentlich nicht, aber okay, machen wir ein, äh... Ja. So, ich habe mich angemeldet, glaube ich, aber jetzt, jetzt durch einen Code überprüfen von meiner E-Mail. Ach Mensch. Ja, genau, genau. Auf jene E-Mail kommt jetzt ein Code, vierstelliger Nummer, glaube ich. Und, äh, den geben sie ja auch dann dort bei der Seite. Da haben sie aber gar nicht aufgerüstet, ne? Dass man sich nach dem Registrieren dann noch, äh, noch ein Code von der E-Mail, ne? Also, das hat ja wirklich noch keiner geschafft. Also, auch für den, äh, für das Handy ist das auch so. Mhm. Ist das nur zum Überprüfen, also, dass das richtig angegeben ist. Und wenn es irgendwas, äh, gibt, dann, äh, werden sie auf eins oder andere kontaktiert. Ach, nur so eine kleine Randinformation. Der Typ hört sich jetzt gerade nicht. Ach, Haltmann-Label. Der versucht mich auf einer Geldtauschbörse anzumelden. Oder E-Mail, ne? Hallo, sag doch mal, stell jetzt. Der versucht mich auf einer Geldtauschbörse anzumelden. Und will mir sagen, das ist ne Handelsplattform. Hab jetzt das völlig gelogen. So. Ähm. Ja, und nun? Ja, ich bin hier. Was mach ich jetzt? Also, Sie haben den Code eingegeben, oder? Ne, der kam noch nicht. Ah, das dauert bei mir auch zehn Minuten, bis eine E-Mail ankommt. Sauerst. Und wieso sollst du das dauern? Ja, weil erst mal ist das Postfach total zugemüllt. Ich hab ja schon 20 GB dieses Jahr in E-Mails gekriegt. Alleine dieses Jahr, damit meine ich 2022. Letztes Jahr hab ich alle gelöscht. Ich musste sogar schon den Speicher erweitern von meinem Postfach. Äh, so viele E-Mails kommen. Aber nun ist das Ding natürlich so rotzelangsam, dass da kannst du, ja, Kappel trinken halt, ne? Hm. Naja. Naja. Naja, mal halt mal warten. So. Und wann hast du heute angefangen, da bist du auf Arbeit? Hä? Wann hast du heute heute auf Arbeit angefangen? Wann ich das Arbeit angefangen habe? Heute, meinen Sie? Ja. Ja, so gegen zehn. Ach du Scheiße, da hab ich noch geschlafen. Ja, also, hm. Hat jeder seins, ne? Also, vor zwölf ist mit mir noch ja nicht anzufangen und bis 13 Uhr bin ich erstmal noch nackig. Und dann geht's auch mal überhaupt los. Jeder seins, ne? Heißt ja nicht, äh. Ja, ich heiß ja nicht umsonst, mein Lord. Ja. Ja. So. Ja, wo muss ich denn? Ach so, ich sollte auf die E-Mail warten, ne? Ich hab schon mal. Ja, genau. Gucken Sie vielleicht bei Spam. Ja. Vielleicht kommt es dort an. Das ganze Postfach besteht nur aus Spam. Das hier, wo ich gucke, ist immer Spam. So. Ne, ist noch nicht da. Hier, so, äh, Dietmar Hopps will von mir ne, äh, ne Spender haben. Steht hier ne E-Mails, was haben wir noch? Traumhaus gesucht. Meine Jüte, was da so für komisches Zeug ankommt den ganzen Tag, ne? Ne. So. Ne, ist aber noch nicht sinnvolles angekommen. Ja, so bei Spam kommt es immer, also, diese erste E-Mail kommt immer dort. Und, äh, da ist es also hundertprozentig wird es da kommen, wenn es noch nicht angekommen ist. Ja, das ist hier ein komisches Postfach. Da kommt der Spam im Posteingang an. Das ist hier schon so richtig. Aber, aber ich hab hier noch... Ja, eh, hallo. Das bestimmt vielleicht so hier. Wir haben einen nicht beanspruchten Geldbetrag. Oh, guck mal, da will mir noch einer Geld geben. Was sollen Sie denn? Na, hier steht, hallo. Das kommt von Silvia Trindigro. Keine Ahnung, kann man nicht lesen. Und dann steht hier, wir haben einen nicht beanspruchten Geldbetrag von, äh, vier... Ich glaub, das sollen vier Millionen sein. Da ist so ein komisches Unzeichen vor. Das ist so ein Codefehler in der Umsetzung. Und, ähm, mit Ihrem Namen verknüpfen könnte das heißen? Das könnte verknüpfen heißen. Da ist wieder so ein Umlautfehler drin. Äh, äh, der mit Ihrem Namen verknüpfen ist. Äh, senden Sie Ihre, äh, Voll, Vollendigung, Name an und dann, das war's eigentlich schon. Da sind bestimmt auch irgendwelche Werbungen oder sowas, weil... Ja, das sind meistens Scammer, die mir hier über die E-Mail schreiben. Vielleicht, ich weiß nicht. So, aber da kommt jetzt kein Code. Da hab ich auch keine Lust mehr. Also, Switcher ist auf jeden Fall keine Handelsplattform, das wissen wir ja beide. Schauen Sie nochmal bei Switcher bei der Seite, ob Sie die E-Mail richtig angegeben haben. Ja. Weil es sollte ja direkt kommen und Switcher ist ja eine Handelsplattform und auch... Nee, Switcher ist ne Geldtauschbörse. Ja, Geldtauschbörse und Handelsbörse. Wer hat Ihnen das gesagt? Naja... Das ist nicht Handelsbörse. Na, wo ist das denn Handelsbörse? Weil ich seh ja nichts mit Handelsbörse. Also... Ja, Sie haben sich ja noch nicht angemeldet, mein lieber Wieser. Ja, ja gut, aber die werben ja nur damit, dass das ne Geldtauschbörse ist. Dann würden Sie ja auch hinschreiben, guck mal, kannst du auch handeln, oder nicht? Ja, kann man auch handeln. Wo dann? Ja, registrieren Sie sich erst mal vollständig und dann können Sie schauen. Hab noch nicht gesehen. Ja. Werden Sie aber sehen, nachdem Sie ja die Registrierung vollständig haben. Ich soll wieder den neuen Code eingeben, weil der muss ja erst mal kommen, ne? Ja, Sie haben den E-Mail richtig eingegeben, ne? Ja, ja, klar. Ja, dann gibt es keine Möglichkeit, dass das nicht kommt. Ja, wie gesagt, das kommende dauert halt eben durchschnittlich so 10 Minuten bei dem Postfach, weil das schon so überlastet ist. Da kommt halt nur Rotze an den ganzen Tag, ne? Haben Sie den selten E-Mail-Adressen auch auf dem Handy? Ne, da hab ich das nicht. Das hab ich zur Sicherheit getrennt voneinander. Aha. Mhm. Weil da müsste ich das mit dem ganzen VPN-Booms denn da noch für das... Ja, ne, da hab ich keine Lust. Aber hier kann man nicht handeln auf der Seite. Ich find nix mit Handeln. Hier steht, äh, äh, kontaktieren Sie uns. Das gucke sogar in den Impressum jetzt hier. Aber das seid nicht Ihr von der Seite hier. Das ist nicht Eure Seite. Wie soll das nicht unsere Seite sein? Ne, das ist ja hier bloß ne Geldtauschbörse. Mein Lieber, Sie haben sich ja noch nicht registriert, deswegen können Sie ja da noch nicht schauen, wie das läuft bei Switcher. Doch, doch, das kann ich ja, ich kenn ja auch Switcher so als Webseite, das ist klar. Switcher ist einfach nur ne Geldtauschbörse. Du kannst halt von, auf Switcher kannst du aus Bitcoin, kannst du Ethereum machen. Oder aus Euro kannst du auch Bitcoin machen oder Ethereum oder auch noch viele andere Währungen. Ja, man kann aber auch investieren, ne? Mh, aber nicht auf Switcher. Das sagt ja schon ne Name. Ja, äh, was hat das damit zu tun? Ja, Switch heißt Tauschen. Ja, Switch Tauschen, aber mit Panda, hat das was mit Panzern, mit Panda zu tun oder wie? Ja, ne, das ist ein gutes Argument, aber ne, in dem Fall dann nicht. Aber hier soll ja dein Name das schon andeuten, was man macht. Und sogar das Logo ist ja wie ein Tauschgeschäft dargestellt. Mh, mein Lieber, wenn Sie Kunde werden, dann, äh, haben Sie... Ne, nicht mein Lieber, mein Lord. Dann haben Sie ja irgendeine eigene Plattform, wo Sie mit den Experten handeln werden. Nicht nur Kryptowährungen, sondern auch Wertpapiere und Kryptowährungen und alles. Ja, aber ich kenn doch Switcher. Mir ist Switcher bekannt, ich nutze Switcher ja schon. Mir ist Switcher bekannt. Ich kenn die Seite. Da kann man, da kann man kein, ja, aber auf Switcher kann man nicht handeln. Ja, das sag ich Ihnen. Man kann ja auch klein handeln, nur mit Kryptowährungen, aber wenn Sie zum Beispiel Kunde werden und mit einem Experten das Handel machen, dann heißt das ja so, dass Sie das auf, äh, auf, äh, einer richtigen Plattform machen mit den Experten. Ja, aber gerade hast du gesagt, das macht man dann auf Switcher und Switcher ist aber keine Handelsplattform. Ja, auch bei Switcher klein, also mit Kryptowährungen. Ja, da kannst du Kryptowährungen tauschen, manuell per Hand, aber das ist ja keine, das ist ja nicht das gleiche wie eine Tradingplattform. Ich kenn mich doch schon aus. Ein bisschen mit, ne? Das ist so. Ja, aber nicht so ganz. Ja, aber Switcher ist auf jeden Fall nicht eure Seite. Das ist schon mal Fakt. Also, wie kommen Sie dazu, dass das nicht unsere Seite ist? Ich glaube, du weißt selber, wo du arbeitest, ne? Das muss ich dir, glaube ich, nicht erklären. Was meinen Sie? Naja, dass das Betrug ist, ist doch offensichtlich. Was denn? Na, das, was du machen sollst am Telefon. Wie, was ich machen soll? Also, möchten Sie jetzt mich verarschen, oder wie? Nee, das, ja, kann man so sehen, aber letztendlich verarscht ihr ja die Kunden. Wie kann man sie so sehen? Was meinst du? Ja, ist ja okay, wenn du das so siehst, aber, äh, letztendlich verarscht ihr doch die Kunden. Das Geld steckt sich doch dein Chef in der Tasche. Du hättest mir jetzt gleich ein Kryptowallet gegeben, und dann hätte ich meine Kohle an deinen Chef zu sein Konto überwiesen, und dann wäre Ende Melinde. Was? Ja. Genau. Ich spreche mit Lily Lips. Lily Lips am Apparat. Ja, hallo. Es geht um Onlinehandel. Onlinehandel? Ja, ich glaube, Sie sind jetzt Lily. Ich bin Lily Lips. Sie sind Lily Lips? Ja. Äh, oder Lily is behind. Die, Lily Lips. Also, Sie sind die gleiche Person, ja? Das sind Sie mir angemeldet, oder was? Wie meinen Sie das? Lily Lips ist mein Name. Okay, Sie wollen Ihre Hand kontaktieren. Ja, ich warte auf so einer Werbung. Was? Ich warte auf so einer Werbung. Okay, Moment. Äh, okay, jetzt ich weiterleite meine Freundschaft spreche mit Ihnen. Wie meinen Sie das? Moment. Er will mit dir sprechen. Hallo. Hallo. Guten Tag. Ich höre Sie so schlecht. Ist das besser? Sie sind sehr leise. Ich bin leise. Ist das okay? Nee. Hören Sie mich? Sehr schwer. Sehr schwer? Ja. Ist das okay? Jetzt, ich spreche ein bisschen langsam. Es ist aber sehr leise. Ich höre Sie kaum. Okay. Hallo. Ja. Wie heißen Sie? Lips ist mein Name. Wie bitte? Lilly Lips. Okay, aber hier steht, äh, Wilhelm. Warum steht hier Wilhelm? Nein, das ist falsch. Das ist falsch. Okay. Sie haben sich angemeldet, ja? Bei so einer Werbung, ja. Eine Werbung, ja. Ich bin da, um Ihnen zu helfen, Ihre Konto aktivieren. Das hat die Frau auch schon gesagt. Wer von Ihnen beiden möchte denn jetzt helfen? Sie möchten Ihre Konto aktivieren? Ja. Wie viel möchten Sie einschadeln? Da steht ja was für 250 Euro. Ja. Sie benutzen Visa oder Mastercard? Das habe ich beides nicht. Beides nicht? Nee, das kostet nur so viel Geld. Ach so. Okay, leider, Sie können nicht Ihre Handel beginnen, ja? Warum nicht? Sie können nicht. Aber warum? Darum. Ja, aber ich dachte, dann kann man Geld verdienen. Ja, aber geht nicht, leider. Na und warum? Darum. Aber darum ist doch keine Begründung, das sage ich zum Erwin auch immer. Doch. Doch, das ist ein Grund. Das ist ein Grund. Das ist ein Grund. Nee. Nee, leider, wir können nicht das machen. Sie können nur mit Kreditkarten das machen. Das ist aber schade. Ja, sehr schade. Jetzt habe ich mich extra mal nicht angemeldet. Ja, Sie haben sich angemeldet. Aber das ist nicht möglich und das ist die Schafen. Verstehe ich jetzt nicht. Ja, ich verstehe auch nicht. Das ist unser System, es arbeitet so. Schade. Kann ich da mal mit dem Chef sprechen? Bitte? Kann ich da mal mit dem Chef sprechen? Ich bin Chef, ich bin Chef, ja. Ach, Sie sind der Chef? Ja. Oh. Aha. Und warum verstehen Sie denn die eigenen Systeme nicht? Weil wir haben keine Zahlungsmethode mit Überweisung. Und warum nicht? Darum. Ja, aber darum ist doch keine Begründung, das sage ich zum Erwin auch immer. Doch, doch, doch. Das ist ein Grund. Nein. Ich möchte das nicht. Nein, das ist nicht möglich. Warum? Darum. Nein. Nein, das ist so. Schade, das ist schade, ich weiß. Aber ich wollte doch 240 Euro einzahlen. Ja, das ist nicht möglich, aber das ist schade, ja. Und nun? Mit A? Und nun? Nun? Ja. Nun, ja. Das ist möglich. Aber warum? Ich rufe Sie nächste Woche an, ja. Ja? Oder nächstes Jahr, nächstes Jahr ist besser. Nein. Nächste Woche ist gut. Nein, nein, nein. Nächstes Jahr ist besser. Warum? Aber dann sitzt ihr doch jetzt schon im Gefängnis. Nein, nein, nein. Doch. Servus, ich halte. Ich halte. Ich halte Ihre Nummer bei mir jetzt. Ja? Ich rufe Sie in den nächsten Jahren an und Sie können Ihre Konten aktivieren. Erst voll reich ein Handelskonto aktivieren, ja? Aha, okay. Aha, ja. Ja. Okay. Ja. Okay. Dann tschüss. Wiedersehen. Tschüss. 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 Ja, ja, guten Tag. Mein Name ist Nina Breit und ich rufe Sie in Bezug aus Ihrer Anmeldung an. Sie haben Interesse an Online-Trading gezeigt. Sagen Sie bitte, haben Sie schon zuvor in diesem Bereich Erfahrung gesammelt oder noch nicht? Nee. Noch keine Erfahrung. Das ist überhaupt kein Problem, Sie bekommen von unserem Fachmann. Er wird die persönliche Strategie umbauen und alle nötige Analyse machen. Was brauchen Sie, nur mit ihm eins oder zweimal pro Woche zu telefonieren? Sagen Sie mir bitte, sind Sie immer unter dieser Telefonnummer zu erreichen? Ja. Ja, sehr gut. Und sagen Sie bitte, wann ist es am besten, Sie anzurufen? Äh. Meine ich also vormittags, nachmittags oder arbeiten Sie in Schichten und sind Sie unterschiedlich zu erreichen? Also meistens bin ich am Ortenmontag zu Hause. Okay. Und meine, so wann werden Sie Zeit haben, um telefonische Gespräche zu führen? Äh, so im Idealfall zwischen eins und drei Uhr. Ja. Okay. Ich werde das bei mir aufschreiben. Einen Moment bitte. Ja. Okay. Und äh, sagen Sie bitte, welche Ziele wollen Sie überhaupt mit Trading erreichen, meine ich? Schöne. Meine ich, Sie wollen nur Erfahrung sammeln oder würden Sie gerne auch profitieren? Manchmal. Bitte? Manchmal. Manchmal was? Na ja, mit bisschen profitieren. Hm, meinen Sie beides, ja? Ja. Sehr gut, sehr gut. Und äh, danke Frau, äh, also Sie haben unsere Werbung gesehen und dort haben Sie alle Informationen gelesen. Sie wissen wahrscheinlich, dass die mitteste Summe, mit der Sie schon Kraft im Finanzmarkt haben, ist 250. Wissen Sie das? Kann sein, ja. Warum ist denn das so? Ja, das... Bitte? Warum ist denn das so? Ähm, bitte nochmal, ich habe nicht verstanden. Aber warum ist denn das so? Okay, und Sie haben dieses Geld jetzt zur Verfügung? Und warum ist denn das so? Bitte, leider können Sie ein bisschen lauter sprechen, ich höre Sie leider nicht. Aber warum ist denn das so? Am Ende des Jahres? Nee. Entschuldigen Sie bitte, Sie haben jetzt diese Summe zur Verfügung. Es ist nicht Ihr letztes Geld, meine ich. Wie meinen Sie das? Okay, aber fälligerweise ist es besser, äh, für Sie diese Einzahlung zu tätigen, mit Kreditkarte oder mit Überweisung? Wie lange leben Sie denn schon in Deutschland? Bitte? Wie lange leben Sie denn schon in Deutschland? Äh, bitte antworten Sie meine Frage, also Sie stellen mir Fragen, dann sofort, äh, das ist alles bis zum Ende führen, wenn Sie wollen, ich kann Ihnen sofort alles antworten, oder Sie meinen, woher ich komme? Aber wie lange Sie schon in Deutschland leben? Wie lange? Ja. Ja? Ich bin nur, ich bin in der Schweiz geboren. Seit ein Jahr, dann bin ich in Deutschland umgeborgen. Und warum reden Sie denn, äh, mit ausländischem Akzent? Bitte? Warum reden Sie denn mit ausländischem Akzent? Ich bin in der Schweiz, also ich bin in der Schweiz geboren. Aber das ist ja kein Schweizer Akzent. Und mein Vater war aus Italien. Ja, und dann hat man keinen, keinen deutschen Akzent, wenn man in Deutschland und Schweiz gelebt hat? Ich wohne nur, also, ich fahre jede Woche, jeden Monat im Ausland. Nicht nur innerhalb Berufe. Ja, aber wenn man in Deutschland lebt, dann hat man doch keinen Akzent, wenn man hier geboren ist. Oder in der Schweiz, das wird gleiche. Also, was? Äh, Sie haben Zweifel an meine, also meine Sprache oder was? Sie haben Interesse an meine... Ja, nur weil Sie mich ja anlühen. Und dann soll ich da bei Ihnen Geld entzahlen, wenn ich Ihnen jetzt schon nicht vertrauen kann, weil Sie ja jetzt schon lühen. Herr Schöpfiger, ich höre nur, dass Sie, ähm, nur ausrede finden wollen, warum Sie ja... Nee, Sie lühen ja, Sie reden doch sich raus. Und dann lehren Sie wahrscheinlich gleich als nächstes einfach auf, ohne da vorher Bescheid zu sagen. So machen das ja Betrüger immer. Was? Ja, Betrüger. Ha, so, jetzt verstehe ich, welche Gedenke Sie haben. Sie haben Zweifel, Sie haben Angst, ja, wie ich... Nicht mehr, Sie haben kein Vertrauen an jemanden. Na ja, nicht an die Betrüger, die mich schon von Anfang an blühen, du sagst mir. Du bist in der Schweiz geboren. Jetzt mach mal, mach mal ein Schnabel zu, Bibi. Ey, kleine Hexe, ich bin dran, du kleines Kakerlaken, ich rede, du. Also, jetzt mach doch mal ein Schnabel zu. Mach doch mal eine Futterluke zu, sonst hol ich den Klebstoff und jetzt schmisch den mit Klebstofffals. Von Ihrer Seite, das ist ganz unseriös. Sie sind ja erwachsene Mann. Jetzt pass mal auf, du kleine Kakerlake, du bescheidst die Leute, du lügst die Leute an. Du willst hier ne Lügengeschichte erzählen, dass du in der Schweiz geboren bist. Lügnerin, 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 Lügnerin. Kakerlake, Abzocker, Lügner. Du bist ne Kriminelle. 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 Du bist eine Betrügerin. Eine betrügerische Kriminelle. Du bist illegal. Du rufst aus einem illegalen Callcenter an, du Betrüger. Ja, da hast du nicht mehr zu sagen, wa Kakerlake? Guten Tag. Hallo, schönen Tag. Spreche ich gerade mit Karl Toffel? Ja. Wie ist gut Herr Toffel? Hier ist Kevin Spiel, vertretenwesentlichen Konstantin, Social Name von Iconi. Herr Toffel, ich rufe Sie an, ja, weil fünf Tage vorhin Sie haben bei uns angemeldet unter unserem Handelsprojekt über Bitcoin. Stimmt es? Äh, weiß ich nicht. Äh, die Sprache geht über Bitcoin, über Kryptowährung und Finanzmarkt. Sie haben bei uns fünf Tage vorhin angemeldet, hier Kontaktdaten hinterlassen unter unserem Handelsprojekt, unter unserem Werbung. Erinnern Sie das? Ähm, jetzt nicht so auf der Schnelle, ne? Ja, so, ich bin hier, wenn Sie erinnern das, ich bin hier und Ihnen alles gerne zu erzählen, wie es funktioniert und wie können wir zusammen mitarbeiten. Haben Sie dazu vier, fünf Minuten von Ihrer Zeit? Ja, fünf Minuten habe ich Zeit. Äh, wie viel, noch einmal? Ja. So, wenn Sie haben Zeit, ich gerne erzähle, aber erstens, ich will Ihnen, äh, fragen, ob Sie einige Erfahrungen in solchen bei euch haben, oder Sie sind ganz neue Person. Nee, da bin ich nicht. Also, ganz neue Person, stimmt das? Ja. Wunderbar, Herr Toffel, so, bei uns gibt es zwei Variante von Arbeit. Erstens ist mannend und zweitens automatisch. Mannend bedeutet, dass Sie können eher persönliche Finanzbeater haben, der Wirtung verbindet mit Ihnen 24 Stunden. So, zusammen, Sie werden studieren, wie funktioniert Finanzmarkt und wie zu handeln. Aber natürlich, Sie brauchen dazu Zeit, ein bisschen, und Sie können eher persönliche Arbeit haben, für keine Zeit. Für solche Kunden, die keine Zeit haben, geben wir unseren automatischen Distanz-Innen-Roboter. Dieser Roboter, zum Beispiel, kauft eine Capture-Währung auf einem Blatt vor für billiger Preis, oder einige Aktuellen. Und nach einiger kurzer Zeit verkauft er auf andere Blatt vor für teuer Preis, dazu gibt es die Verhältnisse Profit direkt auf Ihren Handelskonten. Und zum Schluss, was ist Ihr Handelskonto? Ihr Handelskonto funktioniert gleich wie Kreditkarte, aber persönlich für mich ein bisschen besser. Weil, erstens, mit Ihrer Kreditkarte, Sie verdienen nicht, ja? Mit unserem Handelskonto, Sie verdienen jeden Tag. Und zweitens, das mit Ihrer Kreditkarte, um Ihr Geld zu bekommen, brauchen Sie zum Bank gehen, oder ein Automat finden, dann können Sie es ganz einfach bekommen. Alles, das Sie brauchen bei uns, ist Computer oder Handy und Internet nicht mehr. So, Sie kommen auf unsere Webseite, das ist Ihr persönliche Handelskonto, und dort gibt es zwei Taschen, gleich wie beim Online-Banking. Auszahlung und Einzahlung. Und Sie können klicken erst einfach in jedem Moment, wann Sie wollen. So, Herr Toffel, wenn Sie jetzt momentan eine Frage haben, Sie können gerne mir stellen, ich einfach antwortieren. Wann nein, dann kann ich Ihnen über unsere Beträge erzählen. Mit welchen können Sie anfangen. Ja, wie viel kann man doch nicht so kriechen an der Kohle? Noch einmal? Wie viel Kohle kann ich doch kriechen? Äh, über Risiko Sie sprechen, oder? Nee. Noch einmal, können Sie bitte wiederholen? Na, wie viel, wie viel kann ich denn Kohle kriechen? Wie können Sie es kontrollieren? Nee, wie kann ich denn viel Kohle kriechen? Herr Toffel, ich leide hier nicht so gut an, Sie haben schlechte ein bisschen Verbindung. Können Sie bitte langsam sagen, Herr Toffel, äh, wenn Sie möchten, ja? Ja, wir können alle Fangen zusammenarbeiten. Ja. Mit Betragsweichkunde zum Beispiel 50 Euro, das ist unser mindeste Betrag, und deswegen können Sie bekommen. Äh, die Profit von 7 bis 14 Euro pro Tag. Äh, mit 500 Euro können Sie bekommen von 14 bis 28 Euro pro Tag, äh, auch Sie werden Mercedes-Zug haben, und auch ein Bonus von unserer Firma auf Ihr Handelskonto direkt als 100 Euro. Und mit Betrag 1.000 Euro werden Sie bekommen von 24 Euro bis 48 Euro pro Tag auf Mercedes und ein Bonus von unserer Firma, von unserer Seite als 200 Euro. So, welche Betragsweichkunde am besten? Weiß ich nicht. Welcher geht denn da? Noch, welche dann? Herr Toffel, nur Sie in Zeiten, nicht ich. Also, hör mal, wie willst du denn das noch? Wie kann man da nehmen? So, zum Beispiel, Sie können anfangen von 250. Wollen Sie es? Was gibt es da noch? Von 250. Können Sie anfangen, Herr Toffel? Ja, und was gibt es da noch? Ja. Sie können von 500 oder 1.000. Welcher Betrag an Ihnen am besten? Oder nehme ich, äh, 1.000. 1.000. Okay, wunderbar. Herr Toffel, Sie müssen mit 1.000 anfangen. Ich, wie müssen Sie einige Informationen sammeln? Ich, äh, ich muss sicher sein, dass Sie sind 18 Jahre alt, dass ich arbeite nicht mit einem Kind. So, sagen Sie mir bitte, wie alt sind Sie denn? Äh, ich bin 9 Jahre alt. Äh, Herr Toffel, spielen Sie mit mir oder nein? Wie, wie bitte? Spielen Sie mit mir oder nein? Wollen Sie spielen? Ob Sie spielen jetzt im Moment mit mir oder nein? Ich, ja, Sie müssen nicht 9 Jahre alt. Sie, äh, wollen wir spielen oder wie? Okay, Herr Toffel, wann Sie müssen nicht mit uns mit arbeiten? Ich will doch nicht reinstecken. Wie bitte? Ich habe ja gesagt, ich will einen Teilen reinstecken. Ja, ich komme zur Kamera. Ich will doch nicht richtig, ich will Kohl reinstecken. Okay, Herr Toffel, kein Problem mehr. Diese, unsere Befassung. Ich geschrieben, das kann ganz einfach zur Polizei kommen und für solche Sachen werden Sie einen Schnau bekommen. Also wir haben eine falsche Verbindung, falsche Registration gemacht. Also Sie verlieren erst meine und ihre Zahlen. Hast du mal an deinem Schlöpferschen gebrochen? Dürftig! Hallo, guten Tag. Ja, was denn? Herr Lipps? Ja. Freut mich, Sie zu hören. Wie geht es Ihnen? Warum rufen Sie denn mit einer neunstelligen Handynummer an? So etwas gibt es doch gar nicht. Weil Sie sich angemeldet haben, diese Telefonnummer, wir bei der E-Mail-Datei sind verlassen haben. Und deswegen rufen Sie mit einer nicht funktionierenden Rufnummer an? Wie bitte? Und deswegen rufen Sie mit einer nicht funktionierenden Rufnummer aus einer Diskothek an? Ach so. Und woher wissen Sie, wo ich bin? Ja, hört man ja. Also, wie ich verstanden habe, sind Sie auch irgendwo im Kaffee oder... Nee. Aber es stört mir auch nicht. Ja, aber Sie machen ja da Krach ohne Ende. Und dann rufen Sie mit einer gefälschten Telefonnummer an. Also, Sie haben diese Telefonnummer gegeben? Nee, das ist ja Ihre Telefonnummer. Ich habe Ihnen keine gefälschte Telefonnummer gegeben. Sie rufen mich mit einer gefälschten Rufnummer an. Also, Herr Lips, sagen Sie mir bitte, wie sieht diese Telefonnummer mit zusätzlichem Einkommen aus? Ja, nicht mit Betrügern. Mit Betrügern arbeite ich nicht zusammen. Dann gut. Also mit Betrügern arbeiten Sie nicht, aber mit uns können Sie zusammen arbeiten. Nee, weil Sie gehören ja zu den Betrügern dazu. Sie können mir doch nicht was von seriöser Investitionen abzählen und die Musik ist dreimal lauter als Sie selbst. Also, ähm, wissen Sie was? Es wäre gut, weil Sie zuerst denken, was Sie sagen möchten und dann sagen. Nicht ungekehrt. Habe ich ja. Aber das passiert ja bei dir nicht. Das haben Sie nicht gemacht. Doch, weil du rufst mich illegal an. Du bist eine Betrügerin. Du bist eine Kriminelle. Und du rufst mich aus einem illegalen Diskotheken-Callcenter an. Wissen Sie was? Dieses Gespräch ist aufgezeichnet. Genau, das stimmt. Und wird auf YouTube veröffentlicht. Damit alle Menschen hören und damit du keinen Erfolg mehr mit deinem Scheiß da hast. Damit alle Menschen hören. Dieses Gespräch kann ich an Polizei weiterleiten. Genau, das tue ich sowieso. Das ist richtig. Das mach ich sowieso immer. Ja, also diese werden hören, dass sie sich selbstständig angemeldet haben, dass sie ihre persönlichen Daten nicht auf die Straße gefunden haben. Doch, hast du. Du wirst einfach nur abschauen. Wie, wie sie, wie sie mir beleidigen haben. Ja, du wirst ja auch abschauen. Du bist kriminell. Du betrübst Menschen um ihr Geld. Also, woher wissen Sie das? Warum beleidigen Sie? Weil du von der Diskothek aus anrufst. Mit einer gefälschten Telefonnummer. Also gut, dann werde ich dieses Gespräch weiterleiten, ja? Ja, mach dich lächerlich, du komisches Fies. Und der Polizei werden sich das zuhören, ja? Und wir werden weitersprechen. Zu dir, glaube ich. Ja, mach dich mal lächerlich. Du bist so peinlich, ne? Das ist ja affig, was du mir da für eine Scheiße erzählst. Glaubst du den Rost eigentlich selbst? Wer ist alles ihrerseits? Oh, bist du peinlich, ey. Du kannst ja nicht mal richtig Deutsch, nicht mal im Ansatz. Wer ist alles ihrerseits? Ja, ja, das... Nö, eigentlich nicht. Such dir mal einen vernünftigen Job. Haben Sie alles nachgefragt? Fällt dir nichts besseres ein, ne? Bist du so minder bemittelt, dass du nicht mal richtig vernünftig sprechen kannst? Noch einmal bitte? Ja, genau. Merkt man ja, dass deine Intelligenz an der Haustür abgegeben wurde, wahrscheinlich. Müsst ihr damit abgeben, ne? Bei eurem Chef, der euch da mit abhässt. Noch weiter bitte? Ja. Du bist einfach nur peinlich. Noch weiter bitte? Nee, hab ich keine Lust mehr. Reicht schon für YouTube. Warum denn so? Also je mehr Informationen die Polizei haben werden, desto besser. Ja, ganz genau. Damit sie dich festnehmen können, du Kakerlake. Genau so wie sie? Nee. Du bist einfach nur menschlicher Abschaum. Du bist der Rest, der übergeblieben ist. Aber am Ende, am Ende werden wir sehen... Du bist peinlich. Der rechte Rat. Ja, ja, ich definitiv. Und du nicht. Weil du bist nur ein armes Würstchen, was in einem illegalen Callcenter versucht, die Leute zu bescheißen. Weiter noch? Nee, danke. Reicht. Doch. Sag sie bitte alles, was sie sagen müssen. Und sie bitte ihre Meinung geben. Hm, hab ich doch. Ich hab doch gesagt, was ich über dich denke. Ich glaube, war es noch nicht alles. Doch, reicht schon. Doch. Such dir mal einen anständigen Job. Haben sie solchen? Oh, guten Tag. Ja, hallo. Schönen guten Tag. Jutta Kruse nochmal. Können Sie mich jetzt besser hören? Oh ja, jetzt verstehe ich was, ja. Ah, sehr schön. Also es geht um eine Anmeldung für eine Online-Investition. Aha, was ist denn eine Anmeldung? Das heißt, dass sie damit Interesse gezeigt haben, dass sie gerne mit uns zusammenarbeiten möchten. Ja, möchte ich das aber noch. Welche Anmeldung denn? Also entweder haben sie selbst angemeldet bei uns über Werbung oder es kann auch sein, dass vielleicht ein Kunde von uns sie empfohlen hat. Ja. Welche der drei Möglichkeiten jetzt bei Ihnen in Frage kommen, das kann ich Ihnen nicht sagen. Das müssen Sie dann vielleicht entscheiden oder wissen. Und woher wollte ich das wissen? Haben Sie denn schon mal Erfahrung gemacht? Nee. Noch nie. Ähm, man hat ja mal mehrere Möglichkeiten, ne? Sie können selbstständig reden mit dem Broker, nur der Broker oder auch automatisch. Das heißt über eine Software. Das haben Sie bestimmt schon mal gehört oder gelesen. Ja, und wo haben Sie sich das Double-Opt-In für den Anruf hergeholt? Bitte? Wo haben Sie sich denn das Double-Opt-In für den Anruf hergeholt? Ja, ja, ich sage, wenn Sie jetzt zum Beispiel über Werbung, ähm, dann ist gleichzeitig mit angeklickt, dass Sie damit einfach... Wenn Sie sich verfremdisch für mich machen, Sie dürfen ja nicht einfach meine Rufnummer benutzen. Wieso nicht? Wenn Sie sich bei uns angemeldet haben, darf ich Sie doch benutzen. Nee. Nur wenn Sie eine ausdrückliche schriftliche Erlaubnis dazu haben. Ja, das braucht man nicht, wenn Sie auf der Werbung... Nee. Falsch. Oder bei unserer Werbung. Nein, nein. Da steht doch drin, dass... Absolute Fehlinformationen. Nein, das ist nicht richtig. Also so bin ich informiert. Ja, super falsch. Hm. Okay, geben Sie mir denn die Erlaubnis, dass ich Sie nochmal kontaktiere und Ihnen vielleicht unsere Seite einmal direkt vorstelle? Nee. Gut, dann war es das schon. Aha. Na gut. Dann sollten Sie sich nicht mal ein bisschen vorsichtiger mit Ihren Daten aufhalten. Ich muss mich auch nicht vorsichtig sein. Sie müssen aufpassen, wo Sie anrufen, weil Sie machen sich gerade strafbar. Sogar Sie persönlich, weil Sie müssen das persönlich sogar, selbst wenn Sie nur angestellt sind, müssen Sie das persönlich nachvollziehen können. Und wenn Sie das nicht tun, dann machen Sie sich strafbar. Naja, aber wenn Sie sich über einen Anmelden... Nein, nein. Sie brauchen ein Double-Opt-In und das müssen Sie sogar vorlegen am Telefon, wenn nachgefragt wird. Na gut, wenn Sie meinen. Das ist absolut illegales Verhalten nach deutschem Gesetz. Mhm. Wenn wir davon abgesehen, rufen Sie mich mit einer spooften Handynummer an. Also eine gelogen, eine ausgedachte, die kann man nicht mehr zurückrufen. Auch das ist illegal in Deutschland. Das Spoofing ist auch strafbar. Das sagt mir, Sie rufen aus irgendeinem kriminellen Callcenter an. Was absolut kriminell arbeitet, damit man Sie nicht zurückverfolgen kann. Das ist der Grund für Ihres Anrufs, dass Sie mit 250 Euro als Tasche leiern wollen mit Ihrem komischen Tradingbetrug. Ich habe nichts von Geld gesagt. Ja, ich weiß aber, wie das Skript heißt, weil das haben die anderen 10.000 Leute, die hier angerufen haben, auch schon gesagt. Ja, und wie viele davon waren deutsch? Ja, das spielt ja keine Rolle, ob da einer deutsch ist oder nicht. Nee, das spielt doch keine... Ich tue, äh, Lady, strafbar macht man sich trotzdem. Äh, ist egal, ob du aus irgendwo aus dem Ausland kommst oder aus Deutschland, das bleibt strafbar. Nicht unbedingt. Doch. Aber darüber will ich auch gar nicht mit Ihnen streiten. Ja, aber kommen Sie doch eh nicht jeden ein, weil Sie sind im Unrecht. Man kann das immer von zwei Seiten sehen, ne? Nee, das gibt nur eine Seite, und zwar die Rechte. Das, was Sie machen, ist kriminell. Nee. Doch. Sie sollten sich was schämen, dass Sie der Leute das Geld aus der Tasche ziehen wollen mit so einer illegale Scheiße. Sie melden sich überall an? Nö. Äh, Klik? Doch. Nö. Habe ich Ihnen ja erklärt? Was haben Sie erklärt? Ob, dass ich mich nicht angemeldet habe. Und wie komme ich zu Ihren Daten? Ja, die haben sich irgendwo illegal aufgekauft von Ihrer Firma. Sind Sie reich? Ich bin nicht reich, muss ich auf mich sein. Ich will ja auch nicht reich sein. Was habe ich denn davon? Reiche Leute sind nur abschauen. Reiche Leute sind der letzte Dreck dieser Erde. Na gut, ich bin auch nicht reich. Aber, ähm, was hätten wir denn für einen Grund, Ihre Daten zu kaufen? Na ja, ein Geld zu kommen, damit sich Ihr Chef schön den neuen Porsche kaufen kann. Mehr ist das nicht. Sie betrügen die Leute mit dem, was Sie da machen. Das ist strafbar. Sie rufen illegal an. Sie rufen unerlaubt an. Und dennoch noch mit einer gespooften Telefonnummer, die auch nicht stimmt. Und dennoch noch mit einer Handynummer. Das ist unseriös, sei jetzt doch ja auch nicht. Na ja, also ich kann nur sagen, Sie sind angemeldet, sind seriös. Aber ich verstehe auch, was Sie meinen. Ja, okay. Ne, da brauchen wir nicht darüber diskutieren. Sie sind nicht seriös. Da gehen auch nicht unsere Meinungen auseinander. Dit is ein Fakt. Dit is ein Fakt. Nein. Natürlich, da brauchen Sie sich doch bloß mal umgucken. In der dreckigen Bumsbude, die Sie da arbeiten. Meinen Sie denn, so ein dreckiges, ranziges Callcenter ist seriös? Ne. Wo hören Sie denn Callcenter? Also... Na, von wo aus rufen Sie denn sonst an? Sie rufen aus dem Callcenter an und da brauchen Sie doch nicht mit mir diskutieren. Wurden Sie schon mal aus dem Callcenter angerufen? Ja, jeden Tag so ungefähr hundertmal. Ja. Und hört sich das jetzt nicht hier nach dem Callcenter an? Ja, man hört ja da Leute im Hintergrund. Was für Leute denn? Ja, nicht was für Leute. Das hört man... Ja. Ja, und das nennt man ein Callcenter, wenn da noch einer telefoniert. Eine Telefonanlage zu bedienen mit einem Headset auf dem Kopf, das ist ein Callcenter. Okay. Also wenn ich zu Hause bin, meine Familie anrufe, bin ich ein Callcenter. Nö, da nicht. Da sind Sie zu Hause und privat. Aber Sie arbeiten und telefonieren und rufen am laufenden Band Leute kriminell an. Das nennt man ein Callcenter. Na gut. Ich hab keine Lust darüber zu diskutieren, ganz ehrlich. Ja, dem anscheinend fehlt es bei Ihnen ja auch ein bisschen an Intelligenz. Da scheint ja richtig nur Sicherung durchgebrannt zu sein bei Ihnen, dass Sie die Scheiße da noch gut finden. Schämen Sie sich was? Also Ihre Eltern sollten sich wirklich was schämen, das Sie auf die Welt gebracht haben, die die Leute abzockt und bescheißt und nur betrügt. Bitte? Wunderschönen guten Tag, Herr Steinbeck. Aliuma, hier ist am Apparate. Herr Steinbeck, ich habe gesehen, dass Sie Interesse geäußert haben. Ist das richtig? Woran? Es geht zum Onlinehandel. Sie sind bei uns registriert haben. Ach so, ja. Herr Steinbeck, ja, Ihre offizielle Ansprechpartnerin werde ich Ihnen dabei helfen, Ihre Handelskontos zu aktivieren. Sagen Sie mir bitte, wie weit sind Sie damit? Keine Ahnung, wie heißt denn die Plattform? AFM Planning. Wie schreibt man das? Bitte? Wie schreibt man das? Hey, Avi Anton. Ja. Es ist Friedrich. Ja. Teddy Paul, nein, L.W. Ludwig. Ja. Dann Teddy Paula. Mhm. L.W. Ludwig. Ja. Avi Anton. Mhm. Envy Nordpol. Ja. Nordpol und Gustav. Mhm. Punkt. Okay, dann schaue ich mal direkt auf Ihrer Seite nach. Okay. So. Wie lange gibt es denn Ihr Unternehmen schon? Unsere Unternehmen haben mehr als 15 Jahre. Aber die Seite ist ja neue. Warum? Nicht das Problem, oder? Ich frage nur, warum? Das ist ja nicht normal. Moment. Weil bei der Domain sicher, Creation Date ist vom 24.01.22. Da ist die Seite erst mal ans Licht gekommen. Wie bitte? Am 24.01. diesen Jahres. Genau. Das ist neue Seite. Ja, aber warum? Einfach, wir haben neue Seite. Warum ist das Problem für Sie? Na ja gut, bei meiner Bank habe ich schon seit 30 Jahren die gleiche Webseite. Na ja, manche ja. Wir haben neue. Und warum? Okay. Ich glaube, das ist kein Problem. Ich frage ja, warum? Ich weiß nicht. Ich bin Kontoporatorin. Seit wann arbeiten Sie da? Seit wann ist meine Entscheidung. Mehr als drei Jahre. Wie hieß denn die Seite vorher? Bitte? Wie hieß denn die alte Seite? Die alte Seite. Ja. Herr Steinberger, Sie haben Ihre Daten eingegeben. Nee, nee. Erstmal habe ich eine Frage gestellt. Ich höre mal, Gustav. Ja, das verstehe ich. Aber wie ich gesagt habe, ich bin Ihre offizielle Ansprachpartnerin. Und ich werde Ihnen dabei helfen. Ja? Ja, aber Sie helfen ja nicht, Sie antworten ja nicht. Ja, und ich werde Fragen stellen und dann weiterhelfen. Dann ist das richtig. Na ja, wenn Sie Fragen stellen, dann helfen Sie ja nicht. Dann stellen Sie ja Fragen. Helfen funktioniert ja, ich stelle die Fragen. Oder nicht? Ja, wenn Sie Fragen haben, wie lange unsere Unternehmen funktioniert und so weiter. Ich kann offizielle E-Mails schicken. Die Frage war, wie hieß denn die Firma davor? Wie, also, wie hieß denn die Webseite vorher? Gleich AFL-Training. Nee, nee, das geht ja nicht. Die ist ja, vorher hieß die ja so nicht. Kann ja nicht. Die Domain ist ja gerade erst frisch gekauft. War auch gleiche Name. Aber das ist neue Webseite. Nee, nee, das stimmt ja nicht. Was meinen Sie? Na ja, man kann im Internet nachlesen, wann eine Webseitendomain, also www.blablabla.de oder .com, wann das gekauft wurde. Und das wurde gekauft am 24.01.2022. Also kann die Webseite früher nicht so gehießen haben. Genau, das ist unsere neue Webseite. Und jetzt war die Frage, wie hieß die alte? Was genau so Name? Nee, geht ja nicht. Okay, brauchen Sie offizielle Dokumente? Brauchen Sie offizielle Dokumente oder was wollen Sie sagen? Okay, dann bekommen Sie alles per E-Mail. Per E-Mail. Steht das nicht auf Ihrer Webseite? Alle Dokumente, ich meine. Ja, ja, aber das muss ja auf der Webseite stehen. Ja, was brauchen Sie genau? Ja, als erstes wollte ich gerne wissen, wie die Seite vorher hieß. Wie der alte Name war. Ah, Herr Steinbeck, ja, wissen Sie, was ist mein Job? Ja, Menschen zu bescheißen und Menschen zu betrügen. Das ist dein Job. Und ich habe dich dabei entlarvt. Weil das ist Blödsinn, was du erzählst. Das ist nicht richtig. Doch, das ist richtig. Niemals würde eine Bank auf dieser Welt ihren Namen einfach so bei der Domain ändern. Niemals. Ich weiß, dass auch den Finanzmarkt gibt alle viele Betrugger, aber das bedeutet nicht, dass alle sind Betrugger. Ne, aber ihr auf jeden Fall. Ja, wenn Sie wollen, bei uns, Sie können Ihr offizielles Handelskonto machen. Ne, das ist ja kein offizielles Handelskonto, das ist ein Demokonto, was man bei euch bekommt. Sie bekommen auch alle Dokumente, die Sie brauchen, alle Dokumente, die Sie brauchen. Ja, eben ja nicht, die stehen ja nicht auf der Webseite. Wenn Sie haben kein Interesse, ich werde nicht Ihre Zeit verlieren, okay? Genau, so reden die Betruger. Genau. Das ist absolut Betrug, was ihr da macht. Keine Ausreden, keine Auskünfte, keine Ahnung von dem, was ihr da tut. Das ist einfach nur Betrug. Okay, warten Sie bitte ganz kurz. Ich verbinde ihn mit unseren Managerin. Ja. Hallo, schönen guten Tag. Ja. Herr Steinfinger am Apparat, ja? Mhm. Ich bin Lisa Kaiser, Managerin von der Handelsplattform AFL Planning. Sie haben Interesse geäußert, wie ich weiß, ja? Haben Sie mit meinen Kollegen gesprochen? Weiß ich nicht, also wenn Sie das so deuten, dann meinetwegen ja. Wie bitte? Ich sage, wenn Sie das so deuten, dann meinetwegen ja. Also Sie haben Interesse geäußert, Sie sind schon im System, deswegen haben Sie einen Ruf von uns gekriegt und wir rufen um die Hilfe an, um dieses Handelskonto, welches Sie registriert haben, bis Ende zu aktivieren, okay? Naja, und das bezweifle ich. Warum denn? Ja, weil ich denke, dass das hier Betrug ist. Warum sind Sie registriert, wenn Sie es nicht glauben? Was möchten Sie von unserer Seite haben? Sie kriegen professionelle Unterstützung. Nein, das ist der Quatsch. Die Kollegin hat es schon gesagt. Nein, hat sie nicht. Die Kollegin hat keine Ausreden, kann nicht auf irgendeine Frage antworten und sie kann ja nicht mal darauf antworten, warum ihr eure Domain, also die Webseite, erst ab Januar habt. Ich erkläre, wie es funktioniert, Herr Steinfenger, okay? Also minimalische Anfangskapital, womit Sie Staatenmöglichkeiten haben. Hören Sie überhaupt zu? Ja, das höre ich natürlich. Scheinbar nicht, weil Sie reden jetzt gerade über etwas ganz anderes. Sie möchten doch handeln an der Finanzdörse. Ne, erstmal möchte ich ein paar Informationen haben. Wenn Sie, kleinen Moment, ja, ich gebe Informationen, aber wenn Sie, Herr Steinfenger, warten Sie mal, wenn Sie nicht anprobieren werden, wie werden Sie sicher sein? Und Möglichkeit haben Sie mit minimalischem Betrag, ja? Indem ich die Daten einfach vorher prüfe, kann ich es vorher herausfinden, ob ich da mein Geld drin versenke. Und bei euch riecht alles nach Betrug. Also wenn Sie es nicht überprüfen und werden nicht einmal bei uns handeln. Das brauche ich nicht. Sie werden immer verzweifelt. Ich brauche nicht handeln. Sie werden immer verzweifelt. Nein, werde ich nicht. Ich kann das vorher prüfen und ich sehe, dass das Betrug ist. Warum meinen Sie so? Das meine ich nicht. Ich sehe das. Sie haben gar nichts investiert. Muss ich doch auch nicht. Ich muss doch nicht investieren, um rauszufinden, dass das Betrug ist. Das kann man vorher herausfinden. Wie werden Sie Platz an der Finanzbörse kriegen? Kostenlos, meinen Sie? Das ist Quatsch. Was meinen Sie? Ohne Geld handeln die Leute an der Finanzbörse? Hier hat doch gar keiner davon geredet. Davon hat niemand gesprochen. Ich sage, ihr seid ein Betrügerladen. Nein, ich erkläre, was interessiert Ihnen? Ja, dann erklären Sie doch. Dann beantworten Sie doch meine Fragen mal. Ja, bitte stellen Sie mir Fragen. Ja, warum ist die Webseite erst ganz frisch gegründet worden? Die Domain, also die Domain www. warte, wie heißt die, Afelplanning, keine Ahnung, wie man das aussprechen soll. Diese Domain, diese Internetadresse, die wurde erst am 24.01.2022 generiert. Seitdem gibt es diese Webseite erst. Vorher nicht. Das ist eine neue Plattform von uns. Das ist kein Problem. Das spielt jetzt keine Rolle. Naja, doch, das spielt schon eine Rolle, weil jede normale Bank hat seit tausend Jahren die gleiche Webseite, nur die Betrüger nicht. Die Betrüger schaffen es nicht, über tausend Jahre eine Webseite zu halten. Ja, wir sind an der Finanzbörse schon zehn Jahre. Das ist gelogen, weil gerade hat die, das ist ja auch gelogen, deine Kollegin hat gerade erzählt, fünfzehn Jahre. Wer hat denn jetzt recht? Fünfzehn Jahre oder zehn Jahre? Ihr müsst euch über eure Lügen da irgendwie mal einig sein. Ich denke, Sie interessieren nicht im Onlinehandel. Und wenn Sie jetzt mir hören würden, dann antworte ich Ihnen. Aber Sie möchten nichts von mir hören. Na doch, die Wahrheit hätte ich gerne gehört. Doch, also das ist eine neue Seite. Ja, das ist ja Quatsch. Das ist eine Lüge. Die Seite wird nach fünf Jahren erneut gewonnen. Das ist Quatsch. Doch, doch, doch. Dafür braucht man aber keinen... Hör doch mal zu! Ja, dann höre doch mal zu! Sie möchten nichts machen, ja? Na, dann höre doch mal zu! Mach mal dein Gesicht zu, weil da kommt nur Scheiße raus. Du dumm, dumm Schwärzer. Ja, genau. So besprechen nur Betrüger. Das war's schon mit der Kakerlakenparty. Schön, dass du mit dabei warst. Wenn du magst, findest du jetzt hier noch eine Playlist mit noch vielen weiteren Videos auf dem Kanal. Schau doch gern auch dort einmal vorbei. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! Ciao, ciao! Untertitelung des ZDF, 2020